Seht die Quelle der Zerstörung der oberen Welt! Ich bin froh, dass ihr den Angriff des Monsters überlebt habt, ihr fantastischen Vollidioten. Jetzt werdet ihr Zeuge meines Aufstiegs zur absoluten Macht. Was hast du getan, Mole Man? Ah, du solltest dich mehr für das interessieren, was ich bald tun werde. Jedes dieser Monster-Eier wird schon sehr bald aufbrechen. Meine Moloiden haben es bereits erlebt. Die frisch geschlüpften kleinen Biester werden auf das erste Wesen geprägt werden, das sie sehen. Aber ihre Mutter habe ich weggelockt und jetzt werden sie mich wahrnehmen und ich werde das Kommando über eine Armee von Riesenmonstern haben. Ihr jämmerlichen Kläffer verschwindet nur euren letzten Atem. Denn wenn diese Kreaturen schlüpfen, werden sie furchtbar hungrig sein. Lass mich los! Wenn du dich unsichtbar machst, hilft dir das gar nichts gegen meine Moloiden. Der Sehsinn spielt für sie keine Rolle. Sie werden dich einfach weiter festhalten. Ich habe einen Schoen. Und ich habe einen Schoen.